Guten Morgen, meine Damen, Herren, Metros, Trans und Robos. Wie die Luna-Basis uns soeben mitteilte, ereignete sich vor ca. 30 Minuten eine Sonneneruption. Die Eruption ereignete sich auf dem Solarenden... Bitte versuchen Sie es noch einmal, Justus. Verbindung nicht hergestellt. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Justus. Danke! Mia! Dein Abo läuft ab! Mann! Mia? Abby? 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 Jetzt sofort den E-Mails annehmen! Du kippt, mach auf! Das Schlimmste aller Verbrechen begangen. Ich mag nur ein kaltes Stück Metall sein. Aufwirkung! Sperr dir den Sehnerv, das schwöre ich dir! Boah, was denn? Wo ist deine Mutter? Ihr Abo läuft heute ab! Es gibt keine Serververbindung, es funktioniert über... Wieso hast du Serververbindung? Boah, soll ich das... Boah ja, der war vollst drauf, ne? Abby? Abby! Mann! Hallo Justus! Ich glaube, Mia liegt im Garten. Sie sonnt sich. Leg dich doch zu ihr. Das Wetter ist total schön. Wegen dem Sonnensturm. Ach, das hörst du dann, ja? Möchtest du etwas Wasser? Danke, Lira. Wenigstens eine Tochter, die mir im Haushalt hilft. Das habe ich gehört! Dir sperr ich den Sehnerv! Ich bring gleich noch etwas Kuchen herunter. Sonnenschutz! So funktioniert das nicht bei Justus. Kannst du ja mal versuchen. Hast du meine Frau gesehen? Sie ist am Pool. Und vergiss dich zu trinken, alter Junge. Kannst du das mal fixen? Und kümmer dich um das Netz, ja? Gut gemacht, Kumpel! Sprechen wir nun mit dem Experten von Schieber-Planck-Institut, Johann Habeck. Sag mal, was zum Teufel machst du hier? Ich schreie im ganzen Haus nach dir. Dein Abo läuft ab. Die Kreditkarte funktioniert nicht. Hast du irgendwas gemacht? Oder muss ich unserer Tochter das App-Geld kürzen? Schätzchen, alles ist Blum. Das fühlt mich schon nicht um. Gar nichts ist Blum! Du weißt genau, in was für einem Trash wir sitzen, wenn dein Abo abläuft. Und du weißt, was aus Cindy geworden ist. Cindy war fast 50. Ach, und du nicht? Nicht mehr, Justus. Riff doch bitte einfach den Support an, ja? Die regeln das. Was meinst du denn, was ich gemacht hab, hm? Die haben gesagt, du bist im Arsch, wenn dein Abo abläuft. Im Arsch! Oh, du musst trinken, du bist ja schon ganz rot. Oder ist das alles... Alles ist Blum, hm? Meine genjunge Frau möchte sich nur in ihr frühes Grab bräunen. Heute lohnt es sich, es ist Sonnsturm, hm? Du musst nur den Sonnenschutz einstellen. Und trinke genug, Justus, Kumpel! Ich trinke! Guck mal, Morten, ich trinke! Justus! Was? Sieh mal! Also, achten Sie auf Ihre Lieben, dann kann Ihnen gar nichts passieren. Herr Habicht! Herr Habicht! Verbindung zum Server unterbrochen. Ihr Abonnement für ein Herz, ein Leber ist abgelaufen. Kritisches Kreislaufversagen steht bevor. Das ist wunderschön. Bitte wenden Sie sich an unseren Freund. Sie kippieren zu. Was hast du gesagt, Mia? Ich hab dich nicht verstanden. Hilf mir! Mia! Oh, Justus! Nehmt euch ein Zimmer! Mach irgendwas! Ist irgendwas? Mach eine Herzmassage! Mach das hier im Leben bleiben! Los! Ich hol die Notfallspritze, ja? Geh nur, Justus! Wir haben hier alles im Griff! Nicht wahr, Mia? Ja? Papa! Was ist los? Papa, ich kann nicht sehen! Ich kann nicht sehen! Ich fürchte, Ihre U-Core-TM-Augen sind ausgefallen. Mia stirbt! Ich brauche Hilfe! Abby, geht's dir sonst gut? Was? Was? Ich denke schon. Justus, was kann ich für dich tun? Ihr Herz versagt! Im Kühlschrank findest du... Lira! Nein! Lira! Lira! Was ist mit Lira? Was ist mit ihr? Sie ist ausgefallen. Ich bin gleich wieder da, Schätzchen, ja? Hallo! Spottfreund, ne? Ein Appen gefällig? Hast du Hunger, Justus? Das kann doch nicht sein! Komm schon! Abby! Wo sind die Spritzen? In der Tür! Warnung! Zusammenbruch des akustischen Systems steht bevor. Akustisches System ausgefallen. Warnung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Abonnement wurde erneuert. Schön, dass wir füreinander da sind. Hab einen Blumietag. Mein Mann ist so ein Held. Oh mein Gott, Ladies, ihr müsst unbedingt wissen, was passiert ist. Also, ich lag am Pool und hab den Sonnensturm beobachtet. Ja, der Sonnensturm, der war das Schönste, was ich hier gesehen habe. Mia, hör doch mal auf, Morten ist kaputt. Ich glaube, mein Herz ist stehen geblieben wegen dem Sonnensturm und dann kam mein Mann und hat eine Herzmassage gemacht. Ja, voll krass, aber nichts, was funktioniert. Tja, Herr Habich, damit hätten wir nun nicht gerechnet. Kann passieren, was? Ja, das kam wirklich komplett unvorhergesehen, Bob. Gut, dass meine Organe noch alle mir gehören. Ja, aber nur für 10 Minuten. Glücklicherweise konnten die chinesischen Backup-Systeme rechtzeitig eingreifen. Trotzdem liegen uns Berichte über zahlreiche Unfälle vor. Die Zahl der Toten und Verletzten liegt in den Zehntausenden. Die der kybernetischen und robotischen Bevölkerung liegen weitaus höher. Die Sachschäden müssen mittlerweile... Leider bin ich aus versicherungstechnischen Gründen nicht befugt, darüber zu reden. Die elektromagnetische Schutzformel sorgt für sicheren Schutz und noch schönere Haut. In verschiedenen Farben. Leider. Die perfekte Freundin. Sie fertig sind uns berichtet.